Musik Witze erzählen oder kitzeln Finde auch das cool, wenn mir einer die Haare flechtet Ich finde, er muss cool sein, wo Fußball spielen kann Oder uns eine lustige Geschichte vorliest Und nett muss sein, nett und cool, und lustig und toben Richtig doll und unkümmel Ist uns egal, ob Junge oder Mädchen Du machst gerade eine Ausbildung zum Erzieher oder zur Erzieherin und suchst ein Praktikum, wofür du auch noch Geld kriegst? Dann bist du bei der Gemeinde Schifftorf genau richtig Komm doch gerne zu uns Jetzt bewerben! www.schifftorf.de